Hallo Leute, nächstes Wochenende erwartet uns eine brandneue Folge beim Miraculous Super-Fan-Tag im Disney Channel. Jetzt werden wir euch aber erstmal die Wartezeit verkürzen mit einer weiteren Super-Fan-Challenge. Als sich Hawk Moth von Nathalie zum zweiten Mal in Scarlet Moth verwandeln ließ, war er, ohne es zu wissen, dem Sieg schon ganz schön nah. Seine roten Akumas erwischten sogar Marinette und ihre Mutter. Wie hieß die Superschurkin-Form von Marinettes Mutter? Da ist A. Princess Justice, B. Style Queen oder C. Verity Queen.